Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zuschauer zuschauerin besser gesagt wollte ich ein ankündigungsvideo machen und zwar für den dezember und zwar geht es los am 2 dezember 2014 mit minecraft parina das ist ein pvp projekt was genau 30 folgen dauert das heißt die letzte folge ist am 31 dezember also in einem monat circa und ja ein pvp projekt mit richard von gelie mehr gibt es ehrlich nicht dazu zu sagen und ich schaue mal was da so läuft was ist denn das was ich weiß nicht was ich spiele wird lustig auf jeden fall also farina hart ist denn das ist ja das ist ja naja das ist so im wieso war die bleiben sogar stehen dann das ist irgendwie so eine art tetris wow 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 two power-ups have been dropped keine ahnung wo die sind er war das cool das spiel maurus den gennisch mir irgendwann mal oh Wow! 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 Juuu! Ah! Ah! Durch mein behindertes... WTF? Das geht ja langsam, Micky, ich bin schneller. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu übersteuert gewesen gerade. Ich kenn mich ja nicht aus hier. Ja. Ähm... Was wollte ich noch sagen? Parina wird lustig. Wow! Sind die irgendwie schneller, diese aggressiven Feuerdinger? Das sieht zumindest so aus. Und ich denke, es wird auch immer wieder schwieriger werden. Oh man, und ich hab mein Leben verloren. Nur weil ich so behindert war. Ja. Genau. Und jetzt blende ich euch ein... 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 Video ein. Und zwar ist es... äh... Was hab ich jetzt? You become invisible for 30 seconds. Ach so, kann ich das? Nein. Ja und? Was, was, was bringt mir das jetzt, wenn ich invisible bin? Gut, ich blende euch jetzt ein Video ein. Äh, wow! Na gut. Players läuft bei 4 noch. Okay. Läuft auf jeden Fall bei 4. Ähm... Mein neues Intro. Das zeig ich euch jetzt. So, und... Äh... Ja. Jetzt gibt's da noch zum Schluss von dieser Runde... Äh, 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 äh... 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 Äh, da ist was. Was ist das? Turbo! Turbo! Genau. Und am Ende des Videos... Am Ende des Videos zeig ich euch jetzt auf Easy... zeig ich euch, ähm... mein neues Outro. Beides, also das Intro, was ihr grad gesehen habt, und das Outro, was ihr bald sehen, will be Lava... in 9 Sekunden! WTF? 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 Wie jetzt? Wie jetzt? Lava? Ja, wirklich Lava! Wow! Äh! GG, ihr Penner! Ich hab gewonnen! Läuft auf jeden Fall! Gut, äh, das war das Ankündigungsieder zu Minecraft Parina. Äh... Es ist lustig. Müsste ich wirklich anschauen. Und jetzt bleibt ein bisschen munter. Bis zum nächsten Mal. Und ciao! WTO! priorityiniz für mich ist die Gut geht auf die Frage! 66 bei Schwoche Panel zusammen! Wer realist Ryn Doge! Das die Zeit war eine curve! Spannende большige수 elef multipl covenant! Und wenn誰, wenn man sche Bean aufs ... ausdruck auf! Was zum denn? cup subs? Bis zum nächsten Mal.